Jolan True und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und heute möchte ich einmal schnell über den neuen Wellenverteidigungskampfpass reden. Bevor ich aber dazu komme, zwei kleine Hinweise. Einmal natürlich, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos schon magst, dann abonnier doch bitte den Kanal und wenn du das tust, klick auf diese kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du informiert wirst, wenn ein neues Video rauskommt. Und wie du vielleicht schon gemerkt hast in den letzten Videos, es gibt jetzt auch einen Outside Views STFC Deutsch Server auf Discord und der Link dazu ist immer in den angepinnten Kommentaren. Wenn du da auch vorbeischauen möchtest, dann tu das. Da gibt es zum Beispiel auch einiges zum Video von morgen früh, wo ich dann so Wellenverteidigungen für Fortgeschrittene noch einmal vorstelle in meinem Video und auch dazu findest du was auf dem Discord. Wenn du beitrittst, dann ändere bitte deinen Namen um, so wie es da steht, die Nummer von deinem STFC Server und dein Ingame Name, damit wir sehen können, so auf Dauer von wie vielen Servern Leute da sind, sowas ist einfach interessant. Aber jetzt reden wir mal ganz kurz über den Kampfpass und da gehen wir mal hier rein. Und oben natürlich auch Kampfpässe, da läuft ja immer noch die Gebietsübernahme, im Normalen läuft immer noch der normale Kampfpass, aber jetzt haben wir eben auch einen neuen Wellenverteidigungspass. Dazu gibt es ja alle paar Tage ein Event, wo man dann die Punkte sammeln kann für den Kampfpass, den habe ich, das habe ich gestern Abend direkt abgeschlossen mit ein paar Leuten. Wenn du ein paar etwas stärkere in deiner Allianz hast, die können den kleineren helfen, diese Punkte tatsächlich mit nur einer Wellenverteidigung jeweils einzusammeln. Das machen wir genauso. Wir sind ein Team von drei und wir nehmen immer zwei kleinere Spieler mit, damit die wirklich in einem Rutsch eben schnell ihre Punkte sammeln können. Du musst ja fünf Wellen schaffen, um die Punkte alle komplett zu kriegen, also alle Meilensteine abzuschließen. Und so machen wir das bei uns, dass drei Spieler sich zusammentun und dann immer zwei kleine mitnehmen, damit die auf jeden Fall in einem Rutsch ihre fünf Wellen auch weghaben. Und wenn man das dann hat, bekommt man eben wieder Belohnungen hier im Wellenverteidigungspass. Es gibt wie immer eine Gratisschiene und eine Eliteschiene. Für die Eliteschiene muss man bezahlen und das ist dann wieder die Diskussion, wir haben wieder drei Kampfpässe auf einmal. Wir haben den normalen monatlichen Kampfpass, es läuft die Gebietssaison und jetzt wieder der Wellenverteidigungspass. Das sind, weiß nicht, 105, 110 Euro alles zusammen, wenn du da überall Elite machen willst. Das muss man sich schon sehr genau überlegen. Aber trotzdem schauen wir mal in die Belohnungen rein. Erstmal für den Gratisteil und dann nochmal für den Elite-Teil. In dem Fall fand ich den Elite-Teil leider gut, deswegen habe ich mir auch geholt für 23 Euro. Aber auch der Gratisteil hat ein paar nette Sachen. Das geht nämlich schon los mit Data und ein paar Sektion 31 Chiffre. Dann haben wir unabhängigen Credits und Chiffre. Dann haben wir Enterprise-E Picard und Chiffre. Dann haben wir Sektion 31 Credits und Chiffre und davon braucht man auch immer viele. Dann haben wir Enterprise-E Riker und Chiffre und Riker brauche ich unbedingt für meine Wellenverteidigung. Den habe ich immer als Käpt'n auf meiner Brücke, weil manchmal sind da so viele Ziele, da hilft dann nur noch Geschwindigkeit. Und Riker ist eben ideal dafür. Als nächstes haben wir aktive Nano-Sonnen und Chiffre. Dann Föderations-Credits und Chiffre. Und auch die Föderations-Credits kann ich ganz gut gebrauchen, obwohl 3000 für das, was ich an Kosten habe, im Moment da noch relativ wenig sind, aber alles hilft. Dann gibt's Sektion 31 Sender und Chiffre. Die Sender sind ja dafür da, die Fassade auszubauen. Dann gibt's gewöhnliche Export-Credits und Chiffre. Dann gibt's Enterprise-E Troy und Chiffre. Syndikats-Erfahrungspunkte und Chiffre. Testglocken und Chiffre. Wieder Nano-Sonden und Chiffre. Dann ein paar Sloan-Fähigkeitspunkte und Chiffre. Enterprise-E Data und Chiffre. Dann gibt's Armada-Formationsrichtlinien und Chiffre. Also ungewöhnliche. Dann gibt's wieder Sender und Chiffre. Dann gibt's wieder Export-Credits und Chiffre. Dann gibt's wieder Sektion 31 Credits und Chiffre. Also die sind wirklich wertvoll, sozusagen. Und zum Schluss gibt's dann Enterprise-EP-Car, Riker, Data und Troy und ein paar Chiffre. Und das ist ganz nett. Leider gibt es aber keinen Überfluss bei diesem Wellenverdeidigungspass. Also man hat hinterher keine Chance noch, diese Entsiegelungsstäbe-Teile für die Schatzkammer zu kriegen oder sowas. Man muss das Gleiche bezahlen wie für einen normalen Kampfpass und das fehlt dann. Und das ärgert mich eigentlich jedes Mal, dass es hier nicht wenigstens noch Dinger für die Schatzkammer gibt. Aber, wie ich schon angedeutet habe, ich finde ganz nett, was in dem Elite-Teil diesmal drin ist. Und deswegen schauen wir da auch mal kurz rein. Damit meine ich jetzt noch nicht Picard und die Chiffre am Anfang. Aber beim zweiten geht's schon los. Da gibt's natürlich Sektion 31 Credits, aber eben auch Sektion 31 Ruf. Und insgesamt wird's hier im Elite-Teil relativ viel Ruf geben, nämlich insgesamt 15.000 Rufpunkte. Beim dritten haben wir Data und Chiffre. Dann haben wir Sender und Ruf schon wieder. Dann haben wir Troy und Chiffre. Sloan-Fähigkeitspunkte und Ruf. Dann haben wir zwei Riker und Chiffre. Dann haben wir ein paar Premium-Artefakt-Tokens und Ruf. Die Artefakt-Tokens mag ich auch ganz gerne. Dann haben wir Sloan-Fähigkeitspunkte und Chiffre. Dann haben wir Syndikats-Erfahrungspunkte und schon wieder Ruf. Dann haben wir unabhängigen Credits, die ich auch immer brauche und Chiffre. Dann haben wir wieder Riker und Ruf. Riker und Ruf, so rum. Dann haben wir verbotene Technologie, Protomaterie und Chiffre. Dann haben wir eine Menge Sektion 31 Credits und Ruf. Dann haben wir seltene Dominion-Armada-Richtlinien, also für Solo-Armadas. Dann haben wir wieder Riker und Ruf. Dann haben wir wieder Sender und Chiffre. Sloan-Fähigkeitspunkte und Ruf. Troy und Chiffre. Und am Ende nochmal sechs PK-Teile und wieder Ruf. Deswegen sagte ich, insgesamt sind es glaube ich 15.000 Rufpunkte. Und das ist natürlich schon eine Menge. Deswegen habe ich mir tatsächlich den Elite-Teil gekauft. Auch wenn ich wegen der NX-01 diesen Monat schon verdammt viel Geld ausgegeben habe für das Spiel. Aber ich sagte ja, seit ich die Videos mache, gebe ich auch ein bisschen mehr Geld aus als früher. Ich hoffe, dass ich dann irgendwann auch mit dem deutschen Kanal mal wieder ein bisschen was reinholen kann von dem, was ich ausgegeben habe. Da muss ich aber für den ersten Step, um den Kanal auch auf Dauer zu machen, schon schauen, dass ich in absehbarer Zeit es schon schaffe, 1.000 Abonnenten zu kriegen und 4.000 Stunden Watchtime. Die Watchtime auf dem Kanal ist übrigens schon ziemlich gut für die kurze Zeit, die es den Kanal gibt. Und ein Viertel der Abonnenten habe ich auch schon. Deswegen vielen Dank erstmal an alle dafür, die schon dabei sind auf dem Kanal. Ein bisschen muss ich noch daran arbeiten, um den dahin zu bekommen, dass ich auch ein bisschen Geld verdienen kann mit dem Kanal. Weil YouTube ist halt mein Hauptberuf. Und wenn ich da Kanäle auf Dauer mache, muss es halt funktionieren. Aber es sieht im Moment ganz gut aus und das habe ich dir und meinen anderen Zuschauern zu verdanken. Und das freut mich zumindest bisher sehr. Der Kanal ist ja noch nicht besonders alt. Ein bisschen mehr als einen Monat jetzt. Also dafür bekomme ich von dir und den anderen Zuschauern hier schon richtig viel Unterstützung. Und dafür bin ich auch wirklich dankbar. Wenn du zum Wellenverteidigungspass und eben auch zu der Tatsache von drei Pässen, die schon wieder bezahlbar wären, was sagen willst, unter anderem, pack es bitte in die Kommentare. Du weißt, dass ich da regelmäßig reinschaue. Und das Gleiche gilt auch, wenn du Fragen hast oder Video-Wünsche oder eben nur Hallo sagen willst und wo du herkommst. Das freut mich auch immer zu sehen, wo meine aktiven Zuschauer so herkommen. Die Frage kam ja jetzt gestern. Also ich komme übrigens aus NRW und zwar aus der schönen Stadt Münster. Weil die Frage kam jetzt auch, nachdem ich jedes Mal frage. Jetzt weißt du es, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast. Und ansonsten, wenn du jetzt noch ein Video sehen möchtest, das nächste Video ist direkt hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. Ich bin wieder da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.